Es ist eine der umstrittensten Partnerschaften im Fußball, Katar Airways und der FC Bayern München. Generell ist Katar als Land ja sehr umstritten, wenn es jetzt auch in Kooperation mit dem Fußball immer wieder sich präsentieren kann. Sei es zum Beispiel bei der WM nächstes Jahr oder sei es eben auch bei vielen Vereinen, die teilweise sogar schon von Katar quasi gelenkt werden, ihnen schon halb gehören oder gehören oder eben durch Sponsorings man sich aneinander bindet. Wie zum Beispiel Katar Airways ist ja ein Sponsorpartner von Bayern München. Und da gibt es immer wieder Aufschrei, weil viele sagen, ey mit Katar sollte man keine Geschäfte machen. Die Fans machen immer wieder Plakate zum Beispiel. Gab jetzt letztens eine große Aktion. Also da gibt es immer wieder Probleme, weil die Fans sagen, ey so Sponsorings mit Katar sollte man nicht machen. Aufgrund unter anderem der Menschenrechtslage dort sind viele Bauarbeiter gestorben beim Erbauen der Stadien dort in Katar. Das ist aber nur eine der vielen Kritikpunkte, die man an dem Land in der Wüste haben kann. Und jetzt hat die Bild-Zeitung herausgefunden, hat sie jetzt berichtet, dass anscheinend Manuel Neuer tatsächlich sogar mit den Bossen geredet haben soll aufgrund dieses Vertrags mit Katar. Es soll wohl gefragt worden sein, wie denn da die Pläne sind. Ja über die Zukunft quasi, will man da weitermachen, will man da nicht weitermachen. Es gab ja auch schon Trainingslager in Katar und Manuel Neuer wollte sich auf Anfrage der Bild wohl nicht dazu äußern. Also wollte nicht sagen, was genau da besprochen wurde. Laut deren Insider-Informationen soll aber Neuer durchaus kritisch das Ganze sehen. Das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Neuer ist jemand, der sich immer sehr stark für Menschenrechte einsetzt. Und dementsprechend glaube ich auch, dass er da wirklich ernsthaft mal hingegangen ist und gefragt hat, ey was habt ihr jetzt da vor. Und laut einigen Insider-Informationen der Bild soll es wohl auch so sein, dass einige Spieler im Bayern-Kader es ganz gut fänden, wenn man den Vertrag zumindest mal nicht verlängert, sondern ihn auslaufen lässt. Tja, ja also die Fans positionieren sich gegen diesen Deal. Die Spieler, zumindest einige, sind damit auch nicht happy. Und da muss sich der FC Bayern natürlich fragen, ja wollen sie diesen Vertrag weiterlaufen lassen oder eben nicht. Ich bin gespannt, wie sie da reagieren. Was ist da eure Meinung, was sollte der FC Bayern tun? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und ja, ich bin sehr gespannt. Was ich noch dazu sagen will ist, ich finde der FC Bayern ist so ein großer Verein, der sich die Sponsoren ja quasi aussuchen kann. Und ich finde da kann man schon genau auswählen, mit wem man Werbung macht. Aber was ist eure Meinung? Wir sehen uns später wieder und denkt dran, haltet den Ball richtig flach.